Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Skycube. Genau, das ist es. Du bist da noch am Kassballen, ne? Ja, hör bloß aus. Oh scheiße, es regnet. Oh, wie schön. Endlich mal wieder so ein bisschen. Ja, super. Ein bisschen viel nass. Ja, ich muss jetzt erstmal hier die Häuserwand abreißen. Ja, und ich habe mir vorgenommen. Haha, ich habe mir vorgenommen, auch abzuweisen. Echt? Ja, weil irgendwie, hey, guck mal, wie mitreicht das bei mir ausschauen. Ja, ich habe hier falsch gebaut. Ja, dann mach das mal anständig, Freunde. Ja, ich tue mein Bestes mal. So, jetzt müssen wir erstmal abstürzen. Er tut mal sein Bestes. Ich tue mein Bestes. Ja, jetzt haben wir das hier komplett falsch gemacht. Aber das macht ja nichts, ne? Nichts? Ne, dann bauen wir das halt wieder neu auf. Ja, das ist richtig. Das könnte man so machen. Äh, warte, ich muss... Ja, genau. Uuuuuh. Zack. Wow, das wird ein Riesenteil hier. Also ein Riesenteil. Ja, ich sag da jetzt mal nichts zu. Ne? Ne. Warum sagst du dann nichts zu? Na, wegen dem Riesenteil. Ja, ja, das stimmt. Manchmal schon. So, fertig. Das ist aber zu. So, aufgeschlagen. Wir hatten eigentlich so ein großes Teil hier gebaut. Das ist... Nix für dich, ne? Ne, das ist furchtbar. So. Puff, puff. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Ja, so sieht das aus. Das ist ein Kackdreed. Aha, aha. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Das gefällt dir besser? Ja, was ich hier so verzapfe? Ja, was verzapfst du denn? Das kann ich dir nicht sagen. Das dauert Ewigkeiten. Ach so. Das dauert Ewigkeiten, was zu verzapfen. Echt? Was verzapfst denn du? Soll ich mal rüberkommen gucken? Nein, nein, lass mal, lass mal. So, die Front hätte ich jetzt auch soweit fertig. Und so hat sie gut. So, soll ich mal gucken, dass wir das hier auch noch kriegen? So, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch muss ich denn hier noch? Weiß ich nicht. Da muss noch ein Jan Veräcker da. Ja. Ja, wenn das denn da mal hier gehen würde. Was machst du denn überhaupt? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht. Nein. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Okay. Von Anfänger. Von Anfänger nicht schlecht. Ja. Ja, ist schon was anderes im kreativen Modus bauen, ne? Ja, irgendwie weh sich nicht. Ist nicht so gut. Ups. Ja, ich verdrück mich immer. Ach so, ja, das ist nicht so schlimm. Nee, ne? Nein, nein, nein. Im Gottes Willen. Das springen wir schon. Das ist eine reine Übungs-Sache. Eine reine Übel-Sache. Ey, das ist so übel, du. Nein, übe. Ach so, ich hätte das jetzt hier so weit fertig. Das ist so schön. Das muss hier aber weg. Da kommt jetzt ein Block rein. Bumsfalldera. So, jetzt gehe ich mal einfach durch die Tür. Boah, was das hier gieselt. Halt! Ich will nicht abstürzen. Bist du abgestürzt? Nein. Ach, da kommt sie. Nein, ich meine nicht. Der aufsternende Stern. Der aufsternende Stern. Der aufsternende Stern. Das gefällt mir. Das hast du schon gesagt. Ja, ne? Ja. So, jetzt ist auch größer. Das gefällt mir besser. So, und jetzt kommt da ganz viel Glas hin. Ja. Okay. Oder? Noch nicht? Weiß ich nicht. Eigentlich soll es ja... Boah, ich bin voll ins Wasser gesprungen. Also, was hältst du davon? Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, irgendwas hier von wegen mit dem Brunnen reinbasteln. Ja. Ist jetzt nicht so, was? Mach mal. Warum denn nicht? Ähm, ich hatte das mit dem... Ja, wir trinken aber... Zack und ping. Wow. Ist das ein Kackwetter hier? Nein, da kommt keine Kacke runter. Das ist Wasser. Und dieses Wasser, das nennt man Regen. Verstehst du? Ja? Ja. Ach so. Jetzt wurde es sass, ne? Jetzt habe ich es verstanden. Ey! Was denn? Oh, du Arschloch-Maus. Der baut mir hier ganz viel hin, was ich gar nicht will. So, gucken. Das ist ja auch voll AA. Das ist voll AA. Okay. So. Nein, 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 nein. Ich schaff das. Was schaffst du denn? Irgendwann schaff ich das. Was schaffst du denn? Nicht abstürzen. Nein. Ja. Ich bin wieder da. Und weiter geht's. Ganz viel Glas. Mach ich. Du machst ganz viel Glas? Ganz viel Glas. Du hattest dich beschwert, dass man durch die Blöcke gar nicht durchgucken kann, aber bei mir geht das. Ja, bei dir. Bei mir mittlerweile auch. Ich dachte, das würde nur für die Scheiben gelten. Nein, durch die Blöcke konnte ich auch nicht schauen, weil da halt mit dem Shader das war. Stinkt. Aber jetzt haben wir ja keinen Shader mehr drin. Nein. Das war falsch. Eine Etage, ja. Eine Etage, ja. Hä, bin ich schon am Ende? Oh, ich bin schon am Ende. Du bist am Ende, ja. Das hätte ich dir aber früher sagen können. Ich bin am Ende. Du kleines Knackwürstchen. Ja, ich bin ein Knacki Würstchen. Du, du. Du, du du. Du, du du. Ich hänge. Du, du du. Ich hänge meinem eigenen Bauwerk fest. Und ich sehe vor lauter Glas, dem Wald nicht mehr hier. Weißt du? So, dann wollen wir jetzt mal so ein bisschen was hier machen. Siehst du, ob da noch was fehlt? Außer oben, jetzt, wo ich... Was soll denn da fehlen? Na, Glas noch irgendwas. Nee, ne? Oder? Nee. So, sieht man eigentlich kaum, ne? Oh, cool. Warte, ich komme jetzt gleich mal rüber. Ich mache mal eben hier die Blöcke noch fertig. Ich mache mal mit dem Stein weiter hier. Obwohl eigentlich von unten nach oben besser wäre. So. Warte, ich muss mal eben noch... Ja, aber nur mal eben, ne? Nur mal eben, warte. Ja, weil da kann ja sonst jeder kommen, verstehst du? Ja, da hast du wohl recht. Ja. Da hast du sowas von recht. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Boah, das pisst sich hier weg. Ist das nicht übel? Das ist total übel. So, jetzt machen wir das letzte noch hier. Was, das letzte Loch? Nein, keine Löcher. Ich mache heute mache ich mal keine Löcher. Dann habe ich das falsch. Oh, das sieht geil aus, was du da machst. Ja, ich... Oh, nein. Cool. Ja, das ist irgendwie... Äh. Hallo. 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 Coole Kiste. Gar nicht so leicht, sage ich dir. Ja, das glaube ich dir. Aber wir kriegen das hin. Ja, das ist richtig. Wenn nicht wir, wer dann? Sag mal, hat es aufgehört zu regnen? Ach nee, ich reinge hier unter so einem Block, deswegen bin ich ja nicht nass. Das ist lustig. Es regnet und regnet die Erde, der wird nass. Und vor allem der Kubus. Ja, ich werde wieder ganz nass. Du armer Kleiner. Der arme kleine Kubus, der wird immer nass. Ja. Ja. Aber das macht nichts. Es wird schon wieder dunkel. Bei dir auch? Bei mir? Nein, bei mir ist es nicht dunkel. Bei mir ist es total hell. Es wird dunkel, doch. Oh, ich habe mich irgendwie verbastelt, glaube ich. Und weil es jetzt dunkel wird, ist es natürlich nicht unbedingt hilfreicher. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein, aber das wirst du mir bestimmt jetzt gleich sagen. Okay, aber richtig. Ich versuche es mir jetzt leichter zu machen. Ja, indem du abstürzt. Indem du abstürzt. Ja, wie immer. Ja, das kenne ich. So, dann fangen wir mal hier unten an. Wo bist du denn? Hier, komm mal gucken. Ja, ich habe meinen Rohbau schon so halbwegs stehen. Boah, das sieht ja phenomenal aus. Wow, cool. Cool? Ja. Jetzt mache ich das hier hinten noch zu. Schick. Das sieht stark aus. Wow, ich bin schon wieder abgestürzt. Lustig. Los, das ist los, das ist tralalala. Du, 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 du. So, jetzt machen wir das mal eben schnell hier hoch. Ne? Ja. Und dann mache ich das hier zu. Uhuhu. Schätzelein. Mäusken. Kannst du mir mal sagen, warum ich hier mal der falsche Knöpfe drücke? Nee, das kann ich dir leider nicht sagen. Das wäre ich auch nicht, weil du das, was du da so machen tust, wollte ich sagen, ne? Genau, das kann ich dir im Moment nicht so wirklich sagen. Schade. 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 Okay. So, ich bastel mir hier so kleine Stützen. Weil irgendwie bin ich echt zu dösig dafür, das auf der Rückseite auch noch anständig hinzukriegen. Ehrlich? Ja, das ist echt kompliziert. Ich weiß auch nicht, warum ich so einen Blödsinn mache hier. Hallo? Klatsch? Ja, so. Kannst du mal dem Regen sagen, der soll jetzt mal aufhören? Ja, ich versuche es mal gleich. Achso, ne, ich bin ja da, bin ich aufhörig. Glaube ich. Aber der ist doof, der Regen. Ne? Ja, der ist ziemlich doof. Eindeutig. Ich müsste dann hier dran. Ja. So, jetzt haben wir die Seite auch schon mal. Meine Güte nochmal. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer hätte gedacht? Ah. Wer hätte was denn gedacht? Also, ich hätte nicht gedacht. Nein, dass das hier so kompliziert werden könnte. Achso, ja, das ist, äh... Wow. Äh. So. Ah, ah. So, das haben wir auch geschafft. Sehr schön. Also, ich habe das gleich so weitgehend fertig hier. Fertig? War fertig. Fertig? Oh, ich habe Licht gemacht. Echt? Ja, aber nur kurzzeitig. Achso. Achso, kann ich das hier unten vielleicht? Ne, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. So, lass mal von Weitem gucken. Ich fliege mal weg. Wieso fließt du mal weg? ich muss mir das mal angucken wie das so aussieht wenn man was weiter wegstehen würde ja was dann ja das muss ich mir angucken wie das dann so aussieht was hast du für eine schöne lalla ich habe irgendwie hier humpa tumpa eisverkäufer hast du jetzt eine ganz tolle playlist war ja die ist komisch aber es macht nichts die ist lustig das ist gut und lustig ist immer gut so ich habe das gebäude soweit jetzt warum ist das hier so hell das licht jetzt müsste ich da nur ein dach rein ziehen ja ein dach jetzt muss ich mal gucken ob ich das so mache habe ich das ist das scheiße also gehen wir hier nur einen drauf was macht ich mache jetzt hier schon mal eine decke rein so zum einkuscheln habe ich recht ja dann kommt die nächste reihe da drauf so das wird eine lebensaufgabe echt ja das wird eine aber das macht nichts nein das ist schon okay das soll ja vernünftig werden und auch was was hier machen genau so ich sehe nichts mehr jetzt auf der letzten seite habe ich endlich den dreh raus was für ein dreh naja mit meiner konstruktion mit ich glaube das könnt ihr ihn hauen ja meint ihr ja doch bist du dir da auch wirklich sicher nein nein ein bisschen nicht ne nein wenn du mich schon so fragst okay bin ich nicht aber es macht es macht nichts nein ich hoffe jetzt haue ich mir nicht doch ich haue mir den boden unter den füßen weg haa ich bin nicht abgedörst echt nicht nein das ist ja mal ein wunder du pass auf da war einmal glas da so ist also was mache ich für einen boden schätzerlein für den boden ja ich habe keine ahnung ich auch nicht und davon gut eine ganze menge so ich habe jetzt schon mal die erste hälfte des dachs habe ich zugemacht da brauche ich drei jahre für okay wir haben zeit alter schwede drängelt sich keiner glaube ich nein aber ich wollte das halt noch eben schaffen in der heutigen folge zumindest weil ja ich brauche ein bisschen licht hier drin das heißt du wartest auf die sonne oder du möchtest dir jetzt gleich da fackeln rein was nie keine fackeln ich baue mir ein kronleuchter unter die decke ich bin schon wieder im zurweilung und ich habe schon gedacht die hausen bloßdruck wenn ich mich auch da oben reinhauen wo kriegen wir den aber den haben wir genau wir sind ja auch kreativ so was wir sehen hier meine fresse ist das hier in der arbeit ja da sagst du was okay wenn du einmal kurz rüber läuern könntest ja ich mache ihm die reihe fertig hat sie und dann werden wir mal gucken wow das sieht cool aus ja ja was wird denn das da soll irgendwie ein brunnen rein oder so ein brunnen ja so 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 welches oase oder keine ahnung okay auf jeden fall ja irgendwie sowas zum entspannen okay das machen ja dann machen oder ein riesen aquarium das wäre auch nicht schlecht ein riesen aquarium ja ja dann tust du fische rein oder was ja so ein paar haie und wenn du dann schwimmen gehst beißen die dir in den hintern du bist ein richtiges liebenswertes nettes wesen so erste reihe fertig sag an mein holder freund weißt du wie der thunfisch zu seinem namen kam der liebe gott schwamm durchs meer nachdem er fertig war und wollte sich seine schöpfung angucken nackig wie er war und dann kam ein fisch und hat ihm in den pillermann gebissen dann hat der liebe gott gesagt nicht thunfisch so kann der thunfisch zu seinem namen naja arme thunfisch arme thunfisch so jetzt überlege ich wie ich das hier am besten mache ein bisschen spaßig sein aktivierungsschiene was machst du für ein klumpatsch wenn ich das mal dezent fragen darf ich mache nur blödsinn ich muss mal eben was suchen ja ja zaun na gut da gibt es ja nur das und das probieren wir mal was aus ich probiere mal was aus was hast du denn du vor wenn ich fragen darf ich baue jetzt nur blödsinn machst das wissen wir alle pass auf was du jetzt sagst ja entschuldigung es tut mir leid weißt du ich war die ganze zeit so still und hochkonzentriert und jetzt bin ich im flow und jetzt muss ich wieder blöde sprüche ablassen ja das ist schön da freue ich mich doch immer wieder ne oh scheiße ich muss jetzt eben noch das ding bauen ja was denn für ein ding ein kronleuchter ja was weiß denn ich ich muss nur aufpassen dass ich nicht ein zu viel baue aber sonst sonst geht es ja geht es ja danke das ist aber schön dass es geht geht gut ja naja danke okay aber nicht mehr lange warum nicht dann haue ich den popo ach du drohst mir ja ja wir sehen uns bei meinem freund bei mama nein bei büro der sieht aber komisch aus der glowstone echt baumaterial kann ich den doch nicht so benutzen wenn er sogar glatt als einstein glowstone weißes glas gelbes glas ne müssen wir nehmen ok leuchtet der nicht so schön oder was ne nicht ganz so ja gut das kommt vielleicht im dunkeln zur geltung oder ja vielleicht vielleicht aber auch nicht ja man weiß es nicht ne man weiß es nicht man weiß es nicht du bist ganz schön frech ja ich weiß ja das weiß ich mit sicherheit so den mache ich jetzt eben noch fertig und dann machen wir eine kleine pause ja es sind wir haben schon wieder überlänge produziert ehrlich ja das geht gar nicht der kubus findet wieder kein ende ist das nicht schlimm so und abwärts ich fange da unten an so jetzt müsste es nur noch dunkel werden damit du gucken kannst ob das denn so funktioniert mit dem glowstone ja ja aber es wird nicht dunkel das sieht aber cool aus was du hier fabrizierst danke ich bastel gerade den rest glas hinten rein und dann überlege ich wirklich was mache ich hier kannst du wasser rüber laufen lassen wo hier über dem ich dachte eigentlich drinnen vielleicht so keine ahnung können wir auch mal machen lass mich erst zu basteln hallo ja ähm sag mal bodenmäßig soll ich hier so sandstein oder so oder ja mach mal das sieht gut aus den hellen stein den ich jetzt die ganze zeit verwende aha 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 ok ich glaube ich habe alles zu oder siehst du von da unten noch was irgendwas zu viel oder ne ne passt wackeln und hat luft ich glaube ich setze da oben aber noch so ach ne habe ich schon das sieht aber hallo hallo Ach schade, ich wollte gerade auf den Kopf springen. Na? Du sagst. Guck mal, ja. Ja, ich guck mal. Uh, wie krass. Cool. Mit Ziegeln. Ich will mal außen ein Fenster gucken. Uh, sieht das krass aus. Cool, ne? Jetzt komm doch mal wieder runter. Irgendwie häng ich am Fenster fest. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Ups, ich wollte eigentlich da auf die Stufe springen. Aber irgendwie ist der nicht mittig. Wer? Der dicke Bär mit dem Schießgewehr. Warte mal, lass mal gucken. Ja, das stimmt. Der ist irgendwie komplett schief. Ja, einen weiter nach rechts. Beziehungsweise von dir aus nach links. Hier hin ist der sehr gemusst, ne? Hier, da ist nämlich genau die Tür. Ja. Und die ist in der Mitte. Das ist richtig. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Genau. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sagen, dann machen wir es zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.